Willkommen zum Kabinenaufzug 2.0. Wie wir bereits im ersten Video angekündigt haben, klappern die Türen beim Fahren ziemlich laut und nachdem wir als Perfektionisten sowas natürlich nicht dulden können, haben wir beschlossen eine Version zu bauen, bei dem die Türen nicht klappern. Als kleiner Nebeneffekt ist dieser Aufzug sogar noch um einiges schneller geworden, was man sieht, wenn man mal mitfliegen möchte, als die erste Version. Wie man sieht, wirklich bei jedem Tick bewegt sich ein Pisten und schneller kann, glaube ich, ein Kabinenaufzug nicht fahren, was natürlich ein sehr schöner Nebeneffekt ist dazu, dass die Türen nicht mehr klappern, was man in der Innenansicht auch deutlich sieht. Zusätzlich wurde der Aufzug natürlich wieder mit den Ruffunktionen ausgestartet und funktioniert vom Prinzip her genauso gut wie der vorige. Im Multiplay natürlich gibt es die schönen Anzeige-Bugs. Und als kleines obendrein Geschenk ist die Version sogar noch etwas kompakter geworden, als der erste Kabinenaufzug. Man sieht hier ganz normal, da kann man den Aufzug bauen in eine gewisse Höhe, ohne Probleme, aber natürlich kann man den Aufzug noch höher bauen. Wie man sieht, ist das derselbe Aufzug, mit einer etwas anderen Grundfläche, aber bis Max Höhe. Also die obersten Blöcke sind bei der maximalen Höhe, die man in Minecraft nun mal bauen kann. Und der fährt dann da auch einfach mal rauf. Und dank der höheren Geschwindigkeit funktioniert das nicht mal so langsam. Natürlich ist der immer noch wesentlich größer und und wesentlich langsamer als der Fast Piston Elevator, der eigentlich in jeder Ausführung vorzuziehen wäre. Wenn man ihn wirklich wo einbauen möchte. Aber es ist nun mal der einzige richtige echte Aufzug. Tja, und umso höher man mit dem Aufzug fahren möchte, umso mehr Anzeige-Bugs bekommt man zu sehen. Tja, das ist schon etwas nervig. Jedoch sei damit bewiesen, dass man den Aufzug so hoch bauen kann, wie man möchte, ohne irgendwelche Rückstöße dadurch zu erfahren. Wir werden natürlich den Aufzug wieder als Download bereitstellen und sogar in einer Version, in der der Aufzug nicht verkleidet ist, sodass sich jeder das Funktionsprinzip so genau wie er will anschauen kann. Und dann kann jeder mal selber schauen, ob er es schafft, den nachzubauen. Und schon kann man einsteigen und wieder mit herunterfahren. Ha ha ha. Ja, die Fahrt dauert schon wesentlich länger als runter zu fliegen. Aber wir hoffen, euch hat der Aufzug trotzdem gefallen. Und naja, wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.